Nach einem schweren Autounfall sitzt die ehemalige Spitzensportlerin Christina Vogel im Rollstuhl. Jetzt bewirbt sie sich bei Let's Dance. Elf Weltmeistertitel und zwei olympische Goldmedaillen machten Christina Vogel zur erfolgreichsten Bahnradsportlerin der Welt. 2009 hätte ein Zusammenprall mit einem Zivilfahrzeug der Thüringer Polizei ihrer Karriere fast beendet. Doch sie kämpfte sich zurück und feierte bereits ein Jahr später ihr Comeback bei den Bahnrand-Weltmeisterschaften in Kopenhagen. Christina Vogel ist querschnittsgelähmt. Im Juni 2018 stürzte die Spitzensportlerin dann beim Training im Cottbusser Radstadion nach einem Zusammenstoß mit einem niederländischen Athleten. Sie zog sich einen Trümmerbruch des Brustbeins sowie eine schwere Wirbelsäulenverletzung zu. Im Unfallkrankenhaus Berlin versetzten die Ärzte Vogel ins künstliche Koma. Zwar konnte sie das Krankenhaus vier Wochen später wieder verlassen, doch seither ist sie ab der Brust abwärts querschnittsgelähmt. Punkt egal, wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen, berichtete sie dem Spiegel noch im selben Jahr. Punkt den Lebensmut hat die ehemalige Spitzensportlerin nie verloren, auch nicht die Lust an Wettkampf und neuen Herausforderungen. Jetzt hat sie sich offiziell bei Letztens beworben.Christina Vogel würde gern teilnehmen, Vogel wäre nicht der erste Promi, der in der großen Tanzshow im Rollstuhl antritt. In der norwegischen Ausgabe war das bereits 2020 der Fall. Ich finde, ein Mensch mit Behinderung gehört auch in eine 20. 15 Uhr Show, erklärt die Olympiasiegerin gegenüber Bild. Und weiter, okay, auf meine Beinarbeit kann ich nicht setzen, dafür bin ich aber im Ausdruck sehr gut. Ich werde mich auch nicht weigern, wenn man mich durch die Luft schleudert, denn die Hälfte meines Körpers macht das eh. Das Schöne am Tanzen ist, dass das jeder für sich selbst interpretieren kann. Valentin Lucin und Joachim Lambi würden sich über Vogels Teilnahme freuen. Profitänzer Valentin Lucin hätte auf jeden Fall Lust, mit Vogel anzutreten. Ich würde mich sehr freuen, das auszuprobieren. Das wäre eine Reise für uns beide, erklärte er gegenüber der großen Tageszeitung, die auch Joachim Lambi befragte. Für den Chef Juro ist Vogels Bewerbung eine tolle Idee. Es gibt im Deutschen Tanzsportverband sogar Rollstuhltanz, von daher kann sie sich gerne bewerben, so Lambi. Er würde sich sehr darüber freuen.